und jetzt mit voller kraft hier keine chance wo ich reiß dann gleich den tisch mit hier wahnsinn habt ihr das gerade gesehen absoluter wahnsinn ich habe diese platte nicht vom tisch bekommen vorher hätte ich den tisch sogar noch umgeschmissen absoluter wahnsinn so jetzt aber erst mal herzlich willkommen bei gipfelholz ich bin der jens und wir bauen uns heute gemeinsam eine vakuumplatte für die werkstatt und das ganze bauen wir uns aus wirklich total einfachen mitteln wir brauchen nicht mal eine vakuum pumpe dafür sondern wir benutzen unsere unsere druckluft die die meisten eh schon in der werkstatt haben ja ihr habt es richtig gehört wir benutzen druckluft und wie das geht das erfahrt ihr heute in diesem video so jetzt seht ihr mal diese druckluftplatte oder nein druckluftplatte sage ich schon jetzt seht ihr mal diese vakuumplatte wie die so ausschaut und dass das so krass hält ich hätte es nicht gedacht dieses kleine gimmick und das ganze nur mit druckluft wahnsinn ich lege die platte hier einfach hin kann dann hier meine druckluft einfach anschalten jetzt hört das leicht pfeifen hier und eigentlich muss ich da gar nicht mehr drauf drucken wie ich gerade sehe normalerweise ein bisschen drauf drücken und schon ist diese platte fest und ich kann diese platte ihr seht gerade ich kann den tisch hier hochheben und der wiegt richtig viel kilo wahnsinnig kann auch mit meinem körpergewicht ich kriege diese platte nicht ab wie kriege ich sie wieder ab ich brauche nur dieses hähnchen hier zu drehen und schon ist diese platte bub ist total leicht abzubekommen und ja ich habe das letztens nämlich gebraucht oder was heißt letztens gebraucht ich habe das im internet gefunden dieses kleine gimmick teil hier das zeige ich euch gleich noch mal und habe mir gedacht das kann doch nicht so gut funktionieren und das ganze auch noch mit druckluft ich brauche nicht mal eine vakuum pumpe dafür um vakuum zu erzeugen denn ich kann das hier mit luft dass ich normalerweise ihr wisst kompressor kommt da luft raus und saugt keine luft an aber dieses kleine graue ding hier was ich hier in der hand habe das erzeugt ein vakuum und das kann ich nur zwischen rein ja stecken mehr ist das gar nicht und das wie wir das jetzt gebaut haben wir schauen uns jetzt mal hier an und ich hole euch als einfach mal her es verrückt sich vielleicht der ein oder andere wozu bräuchte druck eine vakuum sagt druckluft eine vakuumplatte ja ganz einfach ich habe öfters schon gebraucht man hat viel zum schleifen man hat sachen zum 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 fräsen oder sonst irgendwas ich kann ja hier verschiedene größen am vakuum erzeugen ich mache meinen baustein einfach hier drauf drückt fest und könnte dann theoretisch hier drum herum fräsen ohne dass ich jetzt blöd halten muss einspannen muss und das ganze ohne schaden vor allem einspannen kann und das ding funktioniert es hält und ich kann zum beispiel drum herum fräsen ich kann hier oben was bearbeiten ich könnte hier zum beispiel jetzt einfach nur drüber schleifen und es funktioniert und es hält einfach nur dafür ist einfach eine vakuumplatte gedacht in der werkstatt ja zeige ich euch mal diese vakuumplatte aber diese vakuumplatte schauen uns nachher an denn wir werden sie noch mal eine noch mal zusammen bauen sondern es geht ja eigentlich um diese coole um dieses kleine coole ja gimmick was ich hier gefunden habe im internet das ist dieses gerät hier dieses graue gerät hier hier kommt die druckluft rein hier ist ein ganz normaler standard anschluss für die druckluft was jeder eigentlich normalerweise hat da hier stecke ich einfach an und dann habe ich hier noch ein absperrhahn rein und dann kommt dieses graue teil zum vorschein hier kommt die druckluft rein hier pfeift ein bisschen raus und hier wird die druckluft umgewandelt und wird hier ein vakuum erzeugt hier kommt also dann hier saugt es dann vorne an ich habe das auch noch nicht gekannt ich kenne es nur in viel größer in solchen kästen die dann die druckluft umwandeln können aber so ein kleines zwischensteck teil das so gut funktioniert habe ich vorher nicht gekannt und ich werde euch natürlich alle teile die ich jetzt hier im video verwende werde ich euch natürlich auch unten in der video beschreibung verlinken eigentlich wollte ich darüber gar kein video drehen im endeffekt denn ich habe es einfach mal probiert das war der erste prototyp der hat so gut funktioniert wo ich mich dann gewundert habe echt jetzt dieses kleine teil hier erzeugt so einen krassen so ein krasses vakuum wo jemand habe das muss ich euch unbedingt zeigen und dann nach diesem prototyp habe ich mir gedacht ich baue mir ein bisschen größeren der hat auch richtig gut funktioniert wir werden uns nämlich jetzt noch einen zweiten bauen denn wir werden diese beiden dann so bauen dass man sie aufeinander schrauben können dass unten einer ist oben einer ist wo unsere werkstücke ganz einfach hier festsaugen können auf der werkbank festsaugen können da brauchen wir jetzt auch kein schraubstock mehr der dann praktisch die ja die sachen jetzt hier ja vielleicht auch beschädigt ja gut aber wie gesagt wir schauen uns jetzt einfach mal dieses gerät an wir brauchen nicht wirklich viel hier diese ganzen sachen wie gesagt werde ich euch verlinken wir brauchen einen anschluss für die druckluft wir brauchen einen absperrhahn vielleicht noch eine y weiche da werden aber später drauf kommen und dieses kleine zauber teil hier unten schlauch und natürlich mosgummi ich habe hier acht millimeter verwendet acht millimeter mosgummi und das war es eigentlich schon und noch paar anschlüsse dazu aber wie gesagt alles unten verlinkt jetzt kommen wir mal auf diese platte zu sprechen was habe ich hier verwendet ich habe hier multiplex platte verwendet ja wie stark ist die multiplex platte die ist 12 multiplex platte dann habe ich hier mdf verwendet dieses mdf ist fünf millimeter stark denn fünf millimeter passen genau hier habe ich eine acht millimeter dichtung also habe ich dann praktisch noch zwischendrin zwischen fünf und acht habe ich noch drei millimeter luft und das wird dann schön zusammengepresst hier das ist optimal wenn jetzt mit fünf millimeter macht ja mehr war das eigentlich gar nicht ich habe das ganze dann ausgesägt die platte könnte natürlich so groß machen wie ihr wollt meine platte ist 235 millimeter geworden und diese kleinen kästchen hier sind bei mir 33 millimeter geworden und hier zwischen den kästchen sollten acht millimeter luft sein damit ihr diese dichtung hier auch wieder rein bekommt also ihr müsst einfach ausrechnen wie viel kästchen ihr wie groß eure platte ist wie ihr macht und einfach dazwischen diese acht millimeter und dann passt es von dem her also müsst ihr euch selber ausrechnen wie groß oder wie viel kästchen ihr dann im endeffekt braucht die zweite platte mache ich jetzt ein bisschen anders ich habe die ja alle per hand gemacht dann ist mir eingefallen im moment mal ich habe doch ein laser richtig starken das kann ich euch auch noch mal da oben verlinken das video und warum mache ich das ganze nicht noch einmal und zwar mit dieser platte die hat die gleiche größe aber diesmal habe ich was anders gemacht ich habe das ganze nämlich ausgeläsert das sitze nämlich hier und diese kästchen werden wir dann hier gleich drauf kleben auf diese mdf platte und werden dieses gleiche platte ein noch einmal bauen damit wir unten eine haben und oben eine haben warum unten eine unten kann ich sie dann hinkleben oder leben sagen schon ansaugen lassen wo ich will und oben kann ich mein werkstück drauf arbeiten drauf tun und kann damit noch arbeiten okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar funktioniert das nämlich auch an der Wand. Ja, ihr werdet es nicht glauben, er funktioniert an der Wand. Jetzt muss ich es mal auseinanderstecken nochmal. So, ich klebe das jetzt einfach mal hier schnell an die Tischbank hin. Ja. Ich habe jetzt leider keinen zweiten Absperrhahn, deshalb muss ich es so machen. Oh, das ist jetzt das Falsche. Hier, hier muss ich rein. Mit dem zweiten Absperrhahn ist es viel einfacher, also ich muss mir definitiv noch einen besorgen. Schaut's, und jetzt klebe ich das hier einfach an die Ecke des Tisches hin. Na, passt gerade von der Größe her. Und schaut's mal, dieses Ding hält hier bombenfest, geht nicht mehr ab. Wow. Haha, Gott sagt. Warte mal, mit richtig Gewalt geht's ab. Ja, es geht ab. Aber ihr seht, wie toll das hält, auch jetzt an der Seite. Ihr könnt jetzt das hier so hin machen, wie auch immer. Ich kann auch die Platten jetzt einzeln benutzen und kann diese Platte, eine einzelne Platte, einfach mit einem Spanner hier auf den Tisch spannen. Nicht das Spanner, sonst irgendwas. Ihr müsst bloß drauf achten, wie schon erwähnt, dass die Höhe hier einfach passt von diesen Schraubzwingen. Und dann habt ihr kein Problem und ihr könnt irgendwas drauflegen, was ihr wollt und bearbeiten. Wie gerade eben erwähnt, schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare rein, wie ihr dieses Teil hier findet, diesen Vakuum-Tisch, Vakuum-Platte. Und vor allem, kanntet ihr dieses Umwandler-Teil hier von Druckluft auf Vakuum in so klein zum Zwischenstecken? Naja, gut. Und vor allem, könnt ihr sowas in der Werkstatt gebrauchen. Ihr habt es gerade gesehen, man kann hier wirklich mal was draufsaugen. Man kann freihändig arbeiten, ohne irgendwas einzuspannen, umzuspannen, sonst irgendwas. Einfach draufsaugen, bearbeiten dieses Werkstück und gut ist. Ja, ich werde euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinken, was ich hier verwendet habe. Könnt ihr einfach mal gerne nachgucken. Es ist wirklich super günstig zum Selberbauen. Finde ich echt eine coole Lösung. Und mir gefällt dieses Teil echt super gut. Ja, Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und vergesst die kleine Glocke nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu.